liebe freunde und damit ein herzlich willkommen zur reisen sicher und schön das entscheidet mein name ist und wir machen jetzt weiter okay alles klar so unser hauptmission eine suche vor der toren räume verdorbene zonen die müssen ein was haben wir hier altes gefäß ach so das habe ich ja gekauft dann können wir die verkaufen später dann gehen wir erst mal hierhin ich habe kein tier mehr oder besser gesagt roboter tier ja ja habe ich so südlung verlassen ich frage mich auch ob ihr auch tiere gibt außer hause fuchs und wildschweine ich frage mich was mit dem tiere alle passiert ist so jetzt sind noch fragen da aber noch kein antworten vielleicht erfahren wir später mehr wie das alles so begann mhm oh ja die verderbnis umgibt sie wie eine rauchwolke zeit sie auszulöschen okay den erst haben wir sehr schön sehr schön ich glaube ich mache den da fertig ach nee warte komm mal her ja sehr schön komm zu mir ach wir sind schon da okay okay komm her ja näher näher und tschüss okay der hat nichts mehr gemerkt der ist schön okay ich verstecke mich hier und dann rufe ich den zu mir und tschüss oh erste verdorbenen zone geräumt warte ich drück mal du hast alle verdorbenen maschinen in einer verdorbenen zone erledigt okay oh da sind ja noch mehr alter jetzt haben wir mal ein bisschen was habe ich gemacht tal treff jagdgebiet was habe ich hier sprengdraht achso ich muss mal die auch probieren langsam hier schockbombe das heißt sprengpfeil wir haben ja in der letzten folge neue sachen gekauft neue klamotten neue waffen okay ich muss da hinten aber breitkopf areal okay vielleicht sollte ich eine zähmen okay den werde ich alle liegen sehr schön oh was hat der da okay alter hier sind zu viele Okay, eins nach dem anderen Die kann ich noch nicht zähmen Ich weiß nicht warum Oh, der oben ist schon stark Prationsfall Kaja Scharfschluss im Bogen Oh, 120 Sehr schön Oh, oh Weisst du was? Sehr schön, sehr schön So So, alles mitnehmen Das brauchen wir So, geben wir mal hier eine Metallblume Was ist das? Oh, hier ist noch einer Raygun-Panzer Oh, oh, oh Okay Alter, so viele Richtige Herde hier Komm du mal her Komm du mal her Okay Ähm Ich will aber hier auch hin Oh, hier sind schon überall Gegner Bin ich level up? Oh ja Cool Ähm Was machen wir jetzt? Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels Das könnte man auch machen Verlängert die Zeit die eine Maschine über Brücke ist 50%? Hm Warte, ich schau mal hier, was wir noch hier haben Schwerer Sperreangriff schlagen Warte Warte Oh, okay Oh, okay Prozessions plus erforderlich Achso, wir müssen das machen, damit wir hier weiter freischalten Was ist hiermit? Ah, brauche ich 3 Hm Boah, das war nice Sehr nice Ähm Warte mal Ah, guck mal Das muss ich auf jeden Fall machen Reitmaschine rufen Ruft eine neu überbrückte Reitmaschine, wenn kein anderer verfügbar ist Ah Das ist ja geil Okay Zurückschlagen Boah, krass Dreifachschutz Schnellladen Oh ja Du sprintest leise So, dass Feinde nicht so schnell bemerken Starker Schlag Anführerschlag Mhm Kann man diese Zeitlupe verlängern? Gibt's das? Regal Wo ist das? Metallblume Wo ist das? Ah, da Trophäeisen? Und zwar, du hast eine seltsame Metallblume Oh, was ist das? Trophäeisen? Und zwar, du hast eine seltsame Metallblume Rebe Hm Okay Fuck Alter, hier sind überall Feinde Na los Lass uns abhauen Lass uns abhauen Oh, mit einem Schlag oder was? Boah Da ist sicher Ja, hier sind alle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter, Schachli hat mich erwischt. So mein Freund, jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren hier. Es wird schon dunkel. Boah, sieht das ja geil aus. Oh, da oben brennt's. Meine Reitmaschine findet hier keinen Halt. Warum? Neue Banditenlager entdeckt. Moment. Bandenlagerstufe 9. Erledige die Banditen. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdorf. Ne, machen wir später. Hey. Ich will speichern, hallo? Boah Junge. Hau ab. So. Was ist das? Das nehme ich für unterwegs mit. So. Wir sind auch fast da. Da. Sehr schön. Oh, hier ist es schon ganz schön windig. Kampfgeräusche. Kampfgeräusche. Wurde das Tata vor angegriffen? Oh shit. Dann müssen wir uns beeilen. Wie liegen die verdorbenen Maschinen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Okay. Ähm. New Wonder. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Viel später. Ja. Okay, der hat mich gesehen. Abhauen. 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 Geh weg Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ja wie? Wohin? Jetzt verpissig. Ey. Wirst du mich verarschen? kann selber gässen! Oh shit. Alter, Alter, Alter! Ich mache erstmal die kleinen Gegner fertig. Ich finde die noch mehr. Fuck, Alter! Herschellen, Stärkungsrank. Stärkungsrank. Möglich. Scheiße, scheiße Jetzt oder nie Alter Ich dachte ich sterbe Ich habe keine Heilung mehr Zum Glück habe ich alles voll gemacht Ja, ich muss erst mal Die Ressourcen hier sammeln Das brauche ich später noch So Sehr gut Dann mal los Öffnet das Tor Und informiert Hauptmann Balan Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen Nach Meridian Verlasse das Kaya fort Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam Selbst zu den besten Zeiten Sprich am besten mit Hauptmann Balan Er kam aus Meridian vor kurzem erst Er ist in der Festung Auf einem Balkon zur linken In Richtung des Tals Okay, danke Alles klar Ach, mach ich gerne So Trophäehalten Die Verderbnis Zurückschlagen Hauptmann ist abgeschlossen Ein Suchen Vor der Türen So 6er und XP Sehr schön Neue Hauptquist Die Stadt der Sonne Alles klar Ähm So Ich würde mal sagen Wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss Und in der nächsten Folge machen wir natürlich weiter Schön, dass ihr da wart Und Bis zum Nächsten Mal Tschüss